Jetzt mal! Jetzt mal! Ich geh die anderen an. Die Spitzkopf mit der Kante. Wenn ich schon zusammenstehe, das ist durch die Kompromisse. Ich zeig dir jetzt die Funktion aus. Ich bin gut, wenn du die Ecke hast. Ich bin gut, wenn du die Ecke hast. Dann hast du mal zusammenklein, loslaut. Jetzt sind die drei unaufholen. Von Null, einfach abläuft. Das ist auch so. Und ich springe weg. Ich schreibe, jetzt rein. So Da hängt nach rechts, links, hoch, runter, hoch. Da musst du raus, SCI, hoch, drei, zwei, eins und stare. Yippie, ra-yayayayayayayayayayaaAAA. Vielen Dank.